So, neue Aufnahme, neues Glück würde ich sagen. Und ja, ich hab hier, äh was, ich hab hier, einfach Mission starten. Wieso habe ich ja 1000 Punkte von 4000? Ach ja stimmt, ich kann ja die Helden hier nach oben setzen, ah ja. Passt ja. Mission starten. Wir wissen, mit welchen Konstellationen das Auftauchen und Verschwinden der Tore zusammenhängt. Und in der Tat sind das die logischen nächsten Schritte. Den Stadthalter überführen und den Zusammenhang der zwei Welten analysieren. Aber beides ist alles andere als leicht. Die heilige Stadt. Die jungen Menschen, in die ich so große Hoffnungen gesetzt hatte, sind bedauerlicherweise von ihrer Mission nicht zurückgekehrt. Der Verlust erfüllt mich mit großer Trauer. Da hab ich gerade eine neue Flasche auf. Der Verlust ist im Tief bestürzt. Dieser Mann hier hat euch belogen und betrogen. Er hat euer Vertrauen missbraucht und die Interessen der heiligen Stadt verraten. Er hat recht. Dieser Mann ist der Abgesandte einer Bande von Schurken namens Seas, die sich eurer Stadt und eurer Welt bemächtigt haben. Sie herrschen hier schon lange. Durch Intrige und Verrat. Ihr glaubt diesen niederträchtigen, dahergelaufenen Auserwählten. Ihr zweifelt an mir? Nach allem, was ich für euch und für diese Stadt getan habe, hört mich an! Der Rat verkündet, euer Streit wird sich in der Arena entscheiden. Wir fordern ein Gottesurteil! Gottesurteil hört sich gut an. Okay. Willkommen in der Arena, Leute. schon schlecht wenn so ein fernkämpfer verteidigt nachkampfverteidigung von null hat nicht entkommen sie dürfen nicht entkommen lässt sich machen lasst euch nicht täuschen von meinen Genen bin noch topfit irgendwo und mein tisch wackelt und mein trinken auch wir dürfen nicht entkommen das war für mich okay ich weiß noch nicht warum der gerade der Hände gelaufen ist, aber... Naja, egal. Oh, Smilodon. Stadthalter Truppen 1. Wow. Genau getroffen. Macht euch bereit. Was hast du tun? Das wird funktionieren. Mehr als präzise. Was hat da denn hier? Was hat da denn hier? Bist jetzt mal. Spannende Musik. didn't die Musik Was hat sein Uarı Ein Stygimohrloch, okay. Lauf! 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 Auf sieh! Los! Was ist das? Lauf! 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 das argument warum 70 schädel das ist passend uhr wir müssen jetzt töten genau mehr schaden was 1 ein voll Der Brunnen hat ihn genau hochgeheilt. Ich weiß, dass das jetzt nicht mehr aufregend ist oder so, aber naja. Ja, nur das Ende der ersten Runde. Aber keine Angst, da kommt noch mehr, Leute. Auf den Giftwerfer. Der ist gefährlich. Was wird funktionieren? Geht's los? Ich will kämpfen. Ich hab das nicht. Mehr als präziser. Mehr als präziser. Macht euch bereit. Was hast du vor? Was für ein Spaß. Was für ein Spaß. Na, alles klar? Was für ein Spaß. Oh, das sind Summoringe. Oh, und die kommen zu Bela runter. Ich gehe vor. Wo wartet ihr? Endlich Action. Was hast du vor? Was wird funktionieren? Mehr als präzise. Kein Problem. Kein Problem. Steht's bereit. Macht euch bereit. Sie dürfen nicht entkommen. Das könnte funktionieren. Ich bin dabei. Los geht's. Nächste Aufgabe. Ich will kämpfen. Ich bin dabei. Was für ein Spaß. Ich will kämpfen. Jibiii, jah. Die macht zwar mehr Schaden, aber naja. Mehr als präziser. Ja. Los. Wollen wir spielen? Klappt sie dir. Ach. Auf sieh! Wollen wir spielen? Klappt sie dir. Vorwärts. 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 Los. Flagendes Argument. Los. Los. Das Problem. Nächster Aufgabe. Was für ein Spaß. Oh, 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 Gott, da ist ein Killer. Ein Killer ist da. Da ist einer von euch, wie lange so ein Gott braucht, um sich zu entscheiden. Ich könnte das ausrechnen. Danke, hat sich schon erledigt. Und der Killer ist tot, ein Glück. Der sieht den sehr gut, sehr, sehr gut. Der macht ja nicht umsonst irgendwie hier, 500 Schaden. Ich glaube, das ist so, der, sogar so Spezialschaden oder so. Der egal, welche Rüstung, oder der an sich irgendwie, genau, diesen, ähm, Dingsler durchdringt, genau. Was für ein Spaß. Endlich, Action. Nichts Aufgabe. Ich mag das. Ja. Ah, alles klar? Hey, wo erwartet ihr? Ich mag das. Macht euch bereit. Geht's los? Ja. Hey, wo erwartet ihr? Okay. Ähm. Ich mag das. Und wieder ein Killer. Ich mag das. Rüstung durchdringen, ah ja. Ich will kämpfen. Jibiii! Ja! Endlich! Action! Die dürfen nicht entkommen. Rock'n'Roll! Da lang! Komm! Okay. Ich gehe vor. Die dürfen nicht entkommen. Die dürfen nicht entkommen. Rock'n'Roll! Was auch immer das hier ist. Ich mag das. Ich glaube, das soll Blut sein oder so. Aber ich glaube es nur. Und los! Und los! Geht's los? Macht euch bereit. Wenn ich du wäre, wäre ich lieber... Lieber ich. Mein Name ist Cole. Hausarztabteilung. Klick mich noch einmal an und du schaust in den Lauf einer Schrotflinte. Schneid dich besser an. Welche hier wäre ich? Welche hier wäre ich? Ich gehe vor. Sie dürfen nicht entkommen. Auf dem Weg. Das zieht sich voll lang hin. Ach, jetzt kommen die Mammuts. Ah ja. Es ist jetzt schon 20 Minuten dran. Ich glaube, dieses Level wird eine ganze Folge lang. Wir dürfen nicht entkommen. Na, alles klar? Endlich, action! Ich mache es nicht. Ja. Ich mache das. das die wievielte runde war das Naja, das war die, bevor die wirklich großen Raubtiere in die Arena kommen Ich nehme mal an, es ist zu spät Da hat jemand aber einen gewaltigen Mundgeruch Findet ihr es nicht gerade auch etwas leise? So schlecht eigentlich Man setzt diese Fähigkeiten ein und dann ist eh schon fast tot Oh, verdammt, ist heute speichern Gar nicht mal schlecht, oder? Geht so aus, als hätten die Götter gesprochen So viel zu den Außerweben Da ist aber jemand sauer Bleib lieber zurück Dauert das bei dir immer so lange? Also Angst machst du mir damit nicht? Nicht mal schlecht Das ist aber auch ganz gut, oder? Geht so aus, das ist Ja! Ja! Ich meine, ist er fair. Wir haben es geschafft. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Superstar. Yeah! Woo! Yeah! Der Einzel. Mach weiter, das gefällt mir. Ja, das war schon die ganze Folge. Oder die ganze Mission. Ich weiß nicht, ob ich es noch weiter aufnehmen soll oder nicht. Aber naja. Mission 2 Schiffkampf habe ich jetzt frei. Haha. Naja. Auf jeden Fall spannende Mission. Wenn ich da so sagen kann. Ja gut, dann würde ich mal sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bewertet die Parts, je nachdem wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros. Praise the Sun. Yo! Und bis zum nächsten Mal.